Die Daten von 8,9 Millionen Österreichern und Österreicherinnen standen zum Verkauf. Das könnte der größte Leak der österreichischen Geschichte sein. Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmid. Hallo und herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Meine letzten beiden Wochen waren sehr interessant, wenn man so will. Und zwar hat letzte Woche das Standard getitelt, dass es anscheinend ein Datenleck bei der GIS gab. Das BKA und das BVT ermitteln, aber recht viel mehr Informationen hat man noch nicht rauslesen können. Wenn ich nicht schon vor zwei Wochen diesen Foreneintrag gefunden hätte. Und zwar bittet der Verkäufer hier sehr frische Daten zum Verkauf an. Es handelt sich um die Daten von 8,9 Millionen Österreicherinnen und Österreichern. Das beinhaltet den Vollnamen, das Geschlecht, das Geburtsdatum und die physische Adresse. Das Innenministerium sagt, bei ihnen gab es kein Leck. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, dann ist ja naheliegend, dass dieser Leak aus der GIS stammen könnte. Das Timing passt, der Zugriff passt, das GIS hat Zugriff aufs ZMR, würde zusammenpassen. Ich kann, möchte und soll wahrscheinlich hier noch nicht zu viel irgendwie ausplaudern. Ich möchte hier keine Ermittlungen stören. Aber was ich sagen kann ist, ich habe meine eigene Meldehistorie aus diesem Datensatz gesehen. Das Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin und wo ich jetzt in Wien wohne. Und nein, ich habe ja nicht die Daten gekauft oder den Verkäufer kontaktiert. Ich habe dann auch meinen Blogartikel veröffentlicht, Link in den Kommentaren unten. Der hat auch ein wenig Resonanz erzeugt, aber aus meiner Sicht ist die Sache doch ein wenig brisanter noch. Und ich verstehe auch nicht, warum das noch keine größere Story ist. Wir haben es hier mit einem Leak zu tun, wo die Daten von 8,9 Millionen Österreichern sehr wahrscheinlich eben verkauft wurden. Und wenn man 8,9 Millionen sagt, dann sind das sehr wahrscheinlich auch Minderjährige enthalten. Es scheint so, als wäre das das gesamte ZMR. Und wie jeder weiß und wie auch die GIS und diverse Behörden wissen, sind die Daten von Minderjährigen besonders schützenswert im Datenschutzrecht. Fassen wir also zusammen. Die Daten von 8,9 Millionen Österreicherinnen und Österreichern standen zum Verkauf, sind schon verkauft worden. Ich bin in diesem Leak mit meiner gesamten Meldehistorie enthalten und es gab einen Datenvorfall bei der GIS. Man hat auch noch nicht mehr Informationen zu diesem Thema gehört. Ich vermute einfach, weil es hier eine aktive Ermittlung gibt. Ich befinde mich hier auch ein bisschen am Zwiespalt. Ich möchte keine Ermittlungen stören. Denn der Übeltäter soll natürlich gefasst werden. Auf der anderen Seite ist es doch auch durchaus im Interesse der Bürger, dass man davon erfährt. Was sagst du? Was ist deine Meinung dazu? Sollen die Bürger so etwas erfahren? Geht hier das Interesse der Ermittler vor? Kommentier es unten. Würde mich interessieren, wie du zu dieser Situation stehst. Kommen wir zu Apple, die ich immer öfter in dieser Videoserie begrüßen darf. Diesmal auch wieder mit einem Fehler, der eigentlich so in der Programmierung nicht passieren darf. Und zwar gab es eine Sicherheitslücke in der Sign-in-with-Apple-Funktion. Ihr habt sie vielleicht schon verwendet. Die kann man verwenden, um in Apps nicht mit der eigenen E-Mail-Adresse, sondern mit einer Apple-E-Mail-Adresse sich zu registrieren. Soll eben eine extra Ebene an Sicherheit sein zwischen dir und einem App-Anbieter. Und du kannst dich dann ganz einfach mit deiner Apple-ID dann auch einloggen. Hier hat der Security-Forscher Bawukjain herausgefunden, dass es möglich ist, sich in jeden beliebigen Account einzuloggen. Egal in welcher App. Man muss nur die E-Mail-Adresse wissen. Wenn das jetzt heftig klingt, das ist heftig. Das ist ein ziemlicher Oversight von Seiten Apples, dass das nicht getestet wurde und dass das überhaupt möglich ist. Und es fällt mir hier auch schwer, Apple zu verteidigen. Was ich aber trotzdem sagen möchte, ist, dass dieser Security-Forscher hat von Apple 100.000 Dollar ausbezahlt bekommen. Und das ist wirklich, wirklich viel im Bug-Bounty-Geschäft. So absurd also diese Sicherheitslücke ist, immerhin wird so etwas auch belohnt. Damit man das nicht selbst dann plötzlich irgendwie in der Cybercrime ausgenutzt sieht, sondern eben Apple diese Sicherheitslücke sozusagen kauft, lösen kann und der Security-Forscher dann auch nicht gezwungen wird, irgendwo in irgendwelchen shady Foren seine Sicherheitslücke zu verkaufen. Da muss man jetzt auch kein Update des iPhones machen. Das Ganze war serverseitig, ist also schon gelöst. Kommen wir zu den Honorable Mentions. Allen voran WeLeakData. Das ist ein Hacking-Forum, dessen Datenbank vor kurzem geleakt wurde. Und dass jetzt drei weiteren Hacking-Forum passiert. In diesen Foren werden nicht nur Kundendaten von anderen Plattformen verkauft. Nein, die eigenen Datenbanken sind natürlich auch ein sehr interessantes Ziel für Angreifer. Es ist also irgendwie ein Free-for-All da draußen, wenn es um Kundendaten und Datenbanken geht. Dann, ich habe es letzte Woche erwähnt, eBay sieht sich an, welche Dienste auf deinem Computer laufen. Und die Seite Bleeping Computers hat sich angesehen, welche anderen Webseiten das auch noch machen. Und das sind nicht wenige, zwar hauptsächlich in den USA, aber diese Praxis scheinen schon sehr weit verbreitet zu sein. Zur Erinnerung, hier gilt es zu bekämpfen, dass jemand mit einem anderen Account irgendwie Betrugsversuche oder sonstiges startet. Würde mich aber interessieren, wie erfolgreich das tatsächlich ist. Wie viele Betrugsfälle wurden dadurch verhindert? Wie viel Schaden verhindert? Ansonsten bleibt eher ein ungutes Gefühl, dass diese Webseiten einfach auf meinem Rechner herum schnüffeln. Zu guter Letzt noch eine Anekdote bezüglich der Ermordung von George Floyd in den USA. Und zwar ist Anonymous wieder aktiv. Sie haben Webseiten von der Minnesota Police angegriffen und gededost. Das ist die typische Taktik, die Protest-Taktik, sozusagen der Sitzstreik des Internets, der eben das Aufrufen einer Seite verhindert. Es gibt auch ein Video dazu mit der stilechten Guy-Fawkes-Maske. Und das finde ich immer irgendwie interessant, wie das Thema Cyber und Hacking auch immer irgendwie mit der Realität zu tun hat. Das hat man in Hongkong gesehen und jetzt mit den Protesten in den USA. Das war's für heute. Mich würde wirklich noch interessieren, was du zu diesem ganzen Datenleak der 8,9 Millionen Österreicherinnen und Österreichern sagst. Wo stehst du auf der Skala zwischen Bürger informieren und Ermittlungen mal machen lassen? Ist ein sehr interessantes Thema, wo es glaube ich auch keine richtige Antwort gibt. Würde mich nur interessieren, wo mein Publikum hier steht in diesem Spektrum. Dann sage ich noch danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Vielen Dank.